Was hat der Kunde hier getan? Heute kam eine Retoure mit der Begründung, gefällt mir nicht. Beim Prüfen ist mir aufgefallen, dass sich die Bag unten in der Ecke verfärbt hat. Was muss man machen, damit sich das vegane Kunstleder so verändert? Ich habe keine Ahnung und bin ratlos. Die Bag können wir so jedenfalls nicht mehr verkaufen.